findet sich dann auch irgendwie einen Banner oder den Blogpost findet man dann schon. Gut. Und dann muss man auf jeden Fall diese Woche noch erwähnen, ich sollte, wenn man ein iPad hat, was jetzt nicht sehr, sehr alt ist, sondern so irgendwie iPad Air, Air 2 ist natürlich total toll, aber auch ein Mini vom letzten Jahr oder von diesem Jahr, sollte man sich das Pixelmator für iPad anschauen. Das finde ich ein sehr netter Bildbearbeitungs-, Malbearbeitungsprogramm, geworden, was erst nach ganz wenig aussieht und wenn man dann irgendwie mal eigene Bilder öffnet oder so, ja, wenn man eigene Bilder öffnet und dann die Möglichkeiten sieht, was man mit Filtern machen kann, was man mit dem Reparaturwerkzeug, mit der, ja, wie man das anfassen kann, das Bild, dann ist das ziemlich beeindruckend, was da drin steckt. Also abgesehen von so cheesy Effekten, ja, die man irgendwie über Bilder legen kann oder irgendwelchen ähm, ja, ganz, diesen ganz komischen Fotorahmen, ja, so irgendwie sechs geteilte Bilder und so weiter. Das ist, ähm, das ist nicht, äh, wo die wirkliche Stärke drin ist, sondern die wirkliche Stärke liegt in so kleinen Werkzeugen, wo du, äh, Sachen, spezifische Sachen im Bild beispielsweise scharf zeichnen kannst, äh, dazu einfach mit deinem Finger drüber wischst und so. Das ist echt nett, also und es ist, äh, äh, wahnsinnig, dass sie das für, für fünf Euro irgendwie raushauen. Ähm, die, 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 die Mac-Version, die ist ja auch irgendwie faszinierend, also ich war nie irgendwie große Pixelmator-Fan, ehrlich gesagt, ich hab Acorn verwendet und, ähm, aber also Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach ziemlich grandios, was man da bekommt und, ähm, und die Mac-Version kostet immer noch irgendwie halt irgendwie keine 20 Euro oder 30 Euro, glaub ich, im Moment, aber die ist ständig irgendwie im Ausverkauf, ähm, ähm, und die arbeiten zusammen, ja, also das, was wir vorhin schon beschrieben haben, mit dem Hand-Off-Bilder übergeben, das funktioniert ganz gut, wenn ein Hand-Off funktioniert. Und, ähm, also ist eine iOS 8 ab, äh, funktioniert mit Extensions, funktioniert mit iCloud Drive, wenn iCloud Drive funktioniert. Ähm, äh, also voll auf 64-Bit gebaut und so. Ich glaube, es wird noch schneller, wie vorhin gesagt, dass aus, dass aus dem iPad Air 2 einfach noch mehr rauszuholen ist, aber das ist wirklich, ähm, die arbeiten mit, mit coolen Technologien und das ist so ein, so ein Start-Up, dem wünscht man es auch irgendwie. Deswegen, also, ähm, also die, die 4,70 Euro oder die man da investieren muss, mit einem halbwegs aktuellen iPad, äh, kann ich das wirklich sehr empfehlen. Einfach nur, um es mal zu, zum Rumpen spielen und, ähm, zu ein paar Fotos schön machen und so. Und es braucht keinen Creative Cloud Account dazu, was gut ist. Ja, ja, definitiv. Es ist kein, es ist kein Photoshop, aber es ist so auf dem iPad so, so, das, was da wirklich am nächsten rankommt. Arbeitet mit Layern und, ähm, kann da wilde Sachen mitmachen. Hm. Ja, muss ich mir noch anschauen. Ich, äh, das, ich, ich vermisse immer so, so, weißt du, die, die Basics mal richtig auf dem iPhone auch, iPad auch, so, weißt du, zuschneiden und, und ein bisschen Farben und das, vielleicht ist es das, vielleicht ist es das auch nicht mal sehen. Weil ich mit Pixelmator auf dem, auf dem, auf dem Mac bin ich auch nicht so richtig warm geworden. Ja, ich auch, ich zum Beispiel auch nicht mehr zu Blinky und so weiter, ähm, aber, äh, aber so auf dem iPad, das fühlte sich einfach ganz gut an und, und, ähm, hat, hat irgendwie, es ist eine 1.0 noch irgendwie, also ich glaube, die, die können da echt drauf aufbauen. Und wenn sie es halt so machen wie mit dem Mac, ja, dann investierst du halt jetzt irgendwie einmal diese 5 Euro und dann hast du halt, äh, glaube ich, mehrere Monate, Jahre Spaß damit. Also, wenn das, wenn das läuft einfach, dann, dann haben sie halt auch die Ressourcen, das weiterzumachen und dann muss es kein Photoshop-Konkurrent sein, aber es kann halt irgendwie eine nette Alternative sein, um schnell mal ein Bild gerade zu ziehen oder ein Schwarz-Weiß zu machen oder, ne? Jo.